Lieber Franz Linder, eine doppelte Premiere. Ein Sprecherdebutant liest ein Erstlingswerk. Sie gelten beide als große Talente. Wie war es denn? Ja, es war eine fantastische Erfahrung. Also für mich war es ja das allererste Hörbuch und eine große Ehre, weil ich betrachte das sehr viel verwandter zu meiner Arbeit als jetzt schlechte Filme oder irgendwas anderes, was Zeitverschwendung darstellt. Es war eine befriedigende Arbeit. Mit dem Regisseur Sven Stricker konnte ich Fragen lösen, die mir vorher nicht klar waren. Und das wiederum ist dann sehr erfüllend. Und worum geht es in dem Roman? Ach, das ist ja immer sehr schwierig, das zusammenzufassen. Aber ich würde sagen, man kann es herunterbrechen auf die Tatsache, dass es um die großen Themen geht. Liebe, Sex, Beziehung und das alles vor dem Hintergrund der absoluten Freiheit. Heinz Helle hat für die Vorlage zu seinem Romandebüt im letzten Jahr den Ernst-Wilner-Preis beim Ingenborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen. Was ist neben dem Titel das Besondere an der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin? Dass er das auf eine ganz eigene Art und Weise schafft, die prägnant ist. Ja, eine Art Spiegel der Zeit abzuliefern. Einen literarischen Spiegel der Zeit, der auf eine ganz eigene Art und Weise Texte verflechtet, Gedanken und Taten aufzeigt, die alle gleichzeitig stattfinden und demzufolge den Leser auch herausfordern. In den Diskussionen während des Bachmann-Wettbewerbs fiel das Wort Generationenporträt. Sehen Sie den Roman auch so und fühlen Sie sich angesprochen? Also klar, definitiv. Jeder, der auch meine Arbeit verfolgt, was ich versuche auszudrücken, der wird feststellen, dass ich mich genau mit dem gleichen Themen beschäftige. Liebe, Verlorenheit und auch das Besiegen der eigenen Identität, des eigenen Teufels, der in einem sitzt und sagt, da geht noch was, da ist noch mehr, du musst noch weiter. In dem Roman spielt das Thema Fußball eine große Rolle. Haben Sie eine Affinität zu Fußball? Und wenn ja, sind Sie dann der Alleingucker oder der Public Viewer? Sowohl als auch. Also ich mag Fußball, ich finde das großartig, ich mag die Dynamik dahinter und bin mir absolut bewusst, dass man eben nicht nur Bücher lesen kann und schlaue Theorien auf die Beine stellt, sondern eben zwischendurch auch einfach mal tierisch am Rand steht und schreit, Ja, weiter! Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin ist Ihr erstes Hörbuch. Wie haben Sie sich auf die Aufnahme vorbereitet? Ich habe gesehen, Ihr Manuskript sah aus wie eine Partitur. Naja, also dadurch, dass ich das als große Ehre empfinde und mir das auch ein wichtiges Anliegen ist, habe ich eben versucht, das zu tun, was gewährleistet, dass ich maximal gut vorbereitet bin, um eben auch das transportieren zu können, was Heinz Helle transportieren möchte. Und so habe ich mir das tatsächlich wie eine Partitur eingeteilt, um dann auch, nachdem ich es mehrmals durchgelesen habe, auch auf Seite 2 wieder zu wissen, okay, wie orientiere ich mich innerhalb der Texte, wie schaffen wir das auch, das innerhalb dieser kurzen Zeit, innerhalb von zwei Tagen einzulesen, weil klar, ich als Debutant und Laie muss darauf vorbereitet sein, dass ich erst mal einige Fehler mache. Und das ist auch okay, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich das als absolute Genugtuung empfinde, mich in dieser Form mit Literatur zu beschäftigen. Und das ist eine fantastische Ergänzung zu der Arbeit, die mir selbst auch in meinen Werken wichtig ist.